Hallo. Hallo. Das ist Judith. Super. Und nach oben. Perfekt. Und wir machen einen kleinen Kindervers, okay? Ich sage, ein, zwei, drei, zwei, drei, drei. Ich sage, Leute, kommt herbein. Ich sage, oh, hey. Freil. Freil gemacht. Super. Dankeschön. Jetzt machen wir weiter unsere Übungen. Applaus. Applaus. Bravo. Bravo. Der hat drei Ecken. Mein Hut, der hat drei Ecken. Drei Ecken. Drei Ecken hat mein Hut. Und hätte er nicht drei Ecken. Drei Ecken. Das wäre. Er hat nicht mein Hut. Gut. Du bist du. Ich bin Paulina. Ich bin Paulina. Wer bist du? Ja, Paulina, du bist sehr guter Pudel. Du bist du. Ich bin die Wienchen. Und wer bist du? Ich bin ich. Du bist du. Ich bin der Klauen. Und wer bist du? Das ist Gespenst. Die Show beginnt. Applaus, Applaus. Applaus, Applaus. Ich schleiche herum mit bleicher Fratze. Leise und stumm wie eine Katze. Gruselklamm heimlich durch manches Haus. Und wer mich sieht, kriegt einen Graus. Juhu. Mein Vater sitzt auf einem Throne. Mit Purpurmantel und goldener Krone. Sein größter Schatz aber, der bin ich. Des Königs Liebstes. Nun, kennt ihr mich? Ja, das war schön. Und tschüss, auf Wiedersehen.